Wir sind angekommen Wir sind angekommen Wir sind angekommen Wir sind angekommen Wir sind in Rishikesh Eigentlich hatten wir vor, um diese Zeit in Varanasi zu sein Von Delhi sind wir aber dann mit dem Zug nach Rishikesh gefahren Ganz spontan, weil der Zug nach Varanasi hatte ich 15 Stunden verspielen Mit Delhi hatten wir immer noch Probleme mit dem Geld Das heißt, wir sind jetzt einfach nur mit dem Geld losgezogen, was wir bereits am Karten getauscht haben Und langsam wird's eng Die aus dem Hostel hat auch schon gefragt, ob wir nicht langsam mal bezahlen wollen Aber morgen ist der neue Tag und wir werden uns Geld geben am ATM Mal sehen Zwischen Rishikesh und Delhi liegen Welten Es ist hier ruhig Wir können die frische Luft einatmen Hier sind so viele Kühe, die haben BND noch nicht mehr geblieben Die stehen einfach auf der Straße und die sind zu 15 oder zu 10 Und sie riechen die Bananen aus deinem Bucksack raus Also muss man richtig aufpassen, was man sich alles im Bucksack packt Kein Essen Kein Essen Sie sind noch fast schlimmer als Affen Und hier gibt's so ganz, ganz große Affen Also neben den Makaken gibt's noch die Lemuren, welche die heißen oder sind das andere? Wir blenden euch hierfür mal ein Bild ein Musik